Wir können sie nicht wegschieben! Nicht mich du Nase! Hallo, willkommen zu einer Runde TTT auf der Map Airbus mit Ataboom, Teddygun, Kazumila, Sascha, Scrawl, Evi, Irax und Flatterfighter und mir im Mindjack. Sascha, ich drücke dir deinen Headshot. Geh weg. Und ich merk grad, dass ich unglaublich schlecht darin bin. Der Aufnahmeboomgramm will schon wieder... Im Mindjack sein, oder was? Oh Gott, oh Gott, ich will weg hier! Sascha, ich hab den Kopf im Basier. Hast du gar nicht? Natürlich! Nein! Hier ist der Headshot schon! Alter, ich hab... ich muss grad bei mir ganz schnell was auf mich drin. So, und wir auch willkommen! Ne, ne, ich bin jetzt auch schon bei, ich war das da. Wo hast du denn jetzt an den Stream an, oder was? Ne, ich... oh lol, alter, bei mir hast du voll den Headshot gekriegt, aber bei mir bist du noch healthy. Ich hab's mir nicht getroffen. Alter, ey, äh, Atta, Atta, dreh dich mal bitte um. Guck dir mal, guck dir mal bitte Saschas Kopf an, der ist doch hundertprozentig blutig am... Nein! Was? Wo seid ihr denn? Ja, brauchst du jetzt aber auch nicht nochmal probieren. Doch doch, ne, aber ich stell mich jetzt hier mal in die Ecke und starte mal den Stream an, bitte. Ja, was ist denn cool das so? Ja, was machst du da? Hallo! Gegen gehen! Also lasst mich mal kurz bitte in Ruhe, ich starte jetzt nur den Stream, also falls ihr euch wundert. Äh, wie kann ich denn... Wie kann ich denn streamen? Nee, hier ist es ja nicht. Dank, los geht's. Wart mal, ich guck mal auf'n Handy zu, ich guck mal, ob das funktioniert. Ja, das wär sehr nett. Also hallo, liebe Mädchen zu, ähm... Geh raus! Was ist jetzt an? Ach, wie war Traitor? Ich stream heute TDT, zusammen mit... Oh, ich muss eine freie Wohnung irgendwie. Granade! Mit, äh... Was war eine? Da hat er zu schnappen. Oh, schön, erst mal Werbung läuft bei mir im Hintergrund von meinem eigenen Kanal, das ist gut. Als Werbung von deinem eigenen Kanal. N Artur, aber das ist ja die Fakten, aber okay... Deh, 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 deh... Deh, deh, deh... Ja, das ist falsch. Deh, 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 deh... Kannst du mal bitte... So, go-theid-deh, da... Ich warte nur, dass ich abdrücken darf, bis er wieder da ist! Ne, ne, ich bin, ich bin noch ein bisschen weg. Mach's so! So, Chopin Terris Tower. Woo! Wuhh! Mit den andern! Geil, das wird so kurz vor der Aufnahme noch machen. Ja, mit den anderen! Kurz vor der Aufnahme, wir sind schon dabei. Ja, stimmt auch wieder. Jetzt soll ich noch dahintersteigen bitten, in der Aufnahme. Ja, mit Chilly Billy. Ja, also jetzt geht's hier weiter. Steve Reller ist down. Ja, ich hab ihn gewöhnt. Geh mal weg, Sarschad, lauf. Ja, das wäre da nicht richtig. Dete? Ja, Dete hier. Wer sind Dete? Ich bin Dete, der wichtigste. Hier, Skrull, komm mal zu mir. Kasu ist bei mir. Kasu, was schläfst du da? Was ist das? Der Schleffer, Dete ist da hinten. Was ist das? Ich komm mal kurz drüber. Warte, innen, aber findest du gleich heraus. Ja. Komm. Achso, du willst wieder einen komischen Bohrer da bauen, okay. Ja. Warte mal, ich muss die mal kurz töten, damit du das nicht kannst. Hallo. Ah, loll. I, A, I, A. Gott, weg. Hey, Herr Schick. Ah, ja. Hey, egal wo ich hingehe, ich kämpfe immer jemanden mit der Stratze. Warte ist, Bs. Ich geh weg. Steve Reller, Steve Reller, Steve Reller, Steve Reller, Steve Reller, und ich hab noch Steve Reller. Ich hab Steve Reller getötet. Was? Wer hat Steve Reller getötet? Ich hab ihn getötet. Wer ist ich? Der Teddy Reller. Erst mich doch hin. So, jetzt. Ähm, hast du Münzen rausgekriegt? Ja, ich hab noch einen Coins rausgekriegt. Ich hab wieder gerufen, also war ich safe, also kann ich kein Trader gewesen sein, weil sonst wären die Münzen ja raus. Das ist korrekt. Atta, würdest du mal bitte in den hinteren, hinteren Raum des Flugzeuges kommen? Dann machen wir hier... Oh, welche Etage? Ja, keine Ahnung. Ich bin da rum und die Waffen kriegt. Kratslos. Hast du jemanden gehört? Hast du jemanden gehört? Weil ich mich mit Stevie hier geklemmt, ne? Ach, du warst das. Okay, gut. Das hab ich doch gesagt. Ich bin im Startraum. Du bist du jemanden. Wollt ihr mir mal sagen, wie der Stream läuft? Ja, das sag ich dir garantiert jetzt. Achso stimmt, der spielt ja mit dir. Aber ich bin Dete, also von dem her ist es ja okay. Ja, noch bist du Dete. Ja, noch bist du Dete. Kann ich das Ding kaputt machen? Nein. Ich will seinen Fortschritt weg jetzt. Wieso, ist der Traitor? Ist das gut für die Innos, oder was? Ich verstehe noch nicht ganz, was der Sinn von dem Bohrer da ist. Komm mal mit. Was für ein Bohrer? Achso, das ist da vorne. Pass auf Sascha, komm mal mit. Lass mich raus. Komm mal mit. Ich hab da auch eins. Hier auf der Map sind überall Sachen verteilt. Ja. So. Und die musst du sammeln. Und es fehlen nur noch zwei. Und dann, ich hoffe du bist jetzt hinter mir. Ja. Kannst du hier, als nächstes wieder Teil bauen. Ah, okay. Um dann da reinzukommen. Und zwei Teddy. Soll man das in einer kurzen Rundenzeit schaffen? Nein. Die Runde ist doch schon fast vorbei. Ja, das schafft jetzt auch. Aber es fehlen nur noch zwei Teile. Und die sind halt überall verteilt. Und ein graues. Nein. Was war das denn? Nein. Sascha ist eindeutig Traitor, Leute. Tötet ihn, wenn ihr ihn seht. Sascha ist eindeutig Traitor. Warum bin ich denn jetzt schon wieder Traitor? Bei Atta, lebst du noch? Okay, Atta lebt nicht. Sascha ist Traitor. Tötet ihn, wenn ihr ihn seht, Leute. Der ist gar nicht verrächtigt auch noch nicht. Also sowas Newbiges. Sascha, ich bin Besseres von dir gewohnt. Ja, er hat ihn nämlich mit einer Melonlaunche getötet. Ja, den habe ich gehört. Hier ist er. Ja, also dann töte Sascha. Sascha ist hundertprozentig, oder? LOL. Ja. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Tänigan, der ist nicht zu killen. Der kann man nicht killen. Sascha, ich habe dir vertraut. Ich bin auch überrascht, ey. Ey. War das jetzt gerade dein Ehren? Ey. 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 Ich bin in der Aufnahme. Ich tapp jetzt nicht drauf. Achso stimmt, du bist ja in der Aufnahme, ey. Nimm den mich auf. Nur ganz kurz als Info von Michael. Boah. Super, ey. Leute, jetzt packe ich wieder den Stüh. Das ist der IREX. Das ist der IREX. Das ist der IREX. Boah. Es ist so am laggen hier teilweise. Echt? Von dem Überruf. Bei mir ist es gut gestern. Ich verstehe es nicht. IREX ist erst eines Vektor Willkür. Alter. Du stehst da super im Weg. Boah. Ja, Entschuldige. Ich gehe ja schon hier rein. Ich glaube Sascha ist Trader. Wow. Wow. Irgendeine Harte. Alter. Alter. Auf mich wurde er geschossen. Was der fuck ist das? Da ist jemand gestorben? Da hat jemand die... Eht'n hier ab bei euch, ey. Chillt doch mal. Ey, hey, hey. Hör auf. Ey, alles safe. Ich bin hier schon. Die ganze Zeit schon. Ich hätte dich schon längst schildern können. Das ist eben grad ganz woanders. Ah, hast du ein Radar. Sascha hat wieder ein Radar, Leute. Wow. Sorry. Alter, da sind drei Tote. Ja. Aber da wird geschossen. Nee, da will ich hier mal was machen vielleicht. Pass auf. Alter. Pass auf. Alle Abstand bleiben hier von mir. Warte. Eirex hat das gerade gesagt, ne? Hä? Ja. Warte. Ja. Ja. Gott. Okay. Teddy und. Ich seh nichts. Teddy. Wer und wer? Ja. Ja. Ich hab nichts. Oh, ich hab nichts. Ja. Shotgun. Shotgun. Oh, jetzt krieg ich wieder dieses Scheißen. Ui. Aua. Loll. Loll. Was zur Helle. Farcatchel Grenade. Oh ja. Keine so ungesunde Smoke. Ahhhh. Also von mir war's zumindest nur ne Smoke. Oh mein Gott, hier explodiert alles. Sascha ist Trader. Loll, ich brenne. Ahhhh. Kann man die Fenster eigentlich kaputt machen? Nein. Nein. Abstrakt. Ja, ist da Teddy verfolgt mich. Find ich gar nicht blöd. Ich geh ja schon weg. In meinen Versteck. Stevie, komm mal her. Wo ist Stevie? Mit ner Schuss. Eirex. Eirexon, bist du hurt? E. Atta? Häh? Atta hat... Mich angeschossen, deswegen hab ich zurückgeschossen. Hier hat sich jemand geheilt. Das war's. Oh, nice. Ja, gut. Hallo, lebt hier noch jemand? Wow, Skrall. Teddy! Sorry, sorry. Sorry, Terry. Das war aus bis jetzt. Ja, Alter. Lass mich füllen. Weil er mich auf 23 AP untergeschossen hat. Ja, okay, okay. Volle Reflexions. Hey, da kommt einer her. Da hinten lagen Tode. Erstmal draufschießen. Und mir liegt doch irgendwo noch ne Schrotzflinte. Schrotzflinte. Schrotzflinte, Alter. Schrotzflinte. Ach, schrotze. Schrotzflinte. Schrotzflinte. Wer der zweite Traitor ist? Nee. Wer war denn noch der erste? Also für mich Skrall. Ach, ich weiß nicht. Ach, ich weiß nicht. Er hat mich immer noch 50 runtergeschossen. 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 Schrotzflinte. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Arsch alle. Komm mal her. Komm mal her. Wir haben ein Medkir. Danke. Sorry, dass jetzt kein Fehler war. Hätte ich schon als Traitor gewesen, wenn ich Traitor wäre. Bei dir weiß man nie, du kannst einfach jetzt nur so tun. Nein, nein, I kill you! Ah, ist das schön, ich liebe die AK. Ich hab verstanden gerade... Es gefällt mir hier gerade gar nicht. Nein! Stevie, du Noob! Alter, was? Nein! Alter, ich wusste es! Boah, wie blind, Alter, wie blind. Schießt links nochmal, rechts nochmal, oh, um zwischen die Beine. Warum schießt du nicht zurück, Stevie? Alter, der war schon Near Death und du triffst ihn einfach nicht. Ich weiß! Und Stevie Reller schießt einfach nicht zurück. Na ja, ich mach jetzt noch die eine Runde mit, danach bin ich dann weg. Alles klar. Er hat mir nicht gerade geschrieben, er ist fertig. Aua! Oh, ich würde anhedeln. Boah! Boah! Super! Da ist das nächste Liggy! Hey, ich bin leider warm, wirst du hier mit Nades rum. Ich finde das nicht korrekt von der. Der? Ja, der ist so wie in der Hüft. Ach komm, echt? Jetzt spielen in Feuer in der Insel. Schlimm, oder? Ja, die müssen da rein, sobald es aufhört zu brennen. weiß ich weil ich gerade einmal durch die flamse gelaufen bin kann sein dass wir in der tür stecken ja die türe zu machen er aufmachen so jetzt die leute stecken nicht hier in der türe fest ja das ist ein kerl an die schiebe mach mal eine tür auf kannst du nicht die crowbar ich hab deine meldiert und verpüßt mich warte 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 probierst du mit der crowbar wo seid ihr überhaupt alle aber ist so schön wir können sie nicht wegschieben nicht mich du nase was ist los hier alter was ist denn hier für gemetzel bitte was sind denn alle m-m-m-monster-kill ich weiß nicht mal wo das gemetzel ist hier ist keiner ich will mitmetzeln ich will mitmetzeln ok wer hat jetzt ein disco ok wir hatten jetzt eigentlich diese diese melen überlebt mal so als frage ich glaube ich habe fünf oder sechs leute damit getötet lol Flatter verpiss dich eins zwei oh fuck ich habe vier Leute ich hätte dich schon längst getötet wir sind die ganze zeit alleine ja und trotzdem ja wo seid ihr denn da ist jemand ah alter der ding ah also verdammt noch mal recht ja gute arbeit gute arbeit aber nicht alle sind von der von der links gestorben ich glaube es war nur ich ich bin auch gestorben ich bin weggeflogen wie sonst was ey seid ihr beide wer ist jetzt alles dran gestorben ich warte weil der weggeflogen ist ja aber wer ist dann doch dran gestorben ja ich ja aber ihr waren alle tot ansonsten ja dann sind wir auch gestorben da dran ist doch klar wenn wir tot sind dass wir gestorben sind ja ich hab noch ne Schreibung jetzt ich bin hier weg ich bin in in a war ich bin in a war ich bin in a war so diesmal bin ich D jetzt mal kannst du mich wenigstens töten ne ach bist du sicher weißt du sonst ist denn nur Twain und jetzt wenigstens schon das Schluckanggericht so ja das war die Nekte war die Nekte ok Dete random Dete ja das ist Dete random Dete mhm er wird jetzt richtig chillibili aber man irgendwie finde ich es gerade scheiße dass ich nicht mit aufnehme dass ich nur streame hast du überhaupt Zuschauer? bitte hast du überhaupt Zuschauer gerade? ja ja er selber ich hab zwei stück gerade Shira davon bist du selbst bestimmt 15 mal Shira 15? was? ja 15 mal Shira warum 15 mal Shira 16 mal geht nicht mit ihrer leitung egal wie lang ich muss immer ausweichen auf der nächste war nicht hier rein ha 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 deine Vorsorge weißt du dass du nicht alleine bist so lass mich jetzt auf jeden fall mal kurz in Ruhe hat jemand geschossen? ja ja mit der Schotten so hier könnt ihr auch nicht rein äh rein fetten das sind wir schon weg Junge Sascha hier kannst du auch nicht fetten ne auf dem PC hier ist Team drauf wow ja du sollst ja nicht rein nicht dass ich abschießen sollst du da rein spritten hallo Casu kann man ihnen etwas zu teilen anbieten ja gib mir mal einen Drink drink da unten bist du? hier das liegt auch auf dem Rechner ja toll das ist doch gerade waaah nicht mehr nix lass mich raus da guck da oben links oben links da war Zache voll jetzt komm mal nicht nach oben was soll denn der Scheiß voll voll doll alter wie viele Türen noch nicht kommst du da nicht mehr raus wenn auch immer du da drin bist oh kommst du doch oh nein äh ich komm hier nicht mehr weg oh Gott doch wie seid ihr alle und du bist einmal unten kommen sie an dir alle kommen sie an dir an ich nehme ab Hallo Flutter Fighter da mal hab ich das ich kann mich nicht mehr hören Sascha dieses Lied ist so scheiße und so Danny gehst du weg oh das wäre ja schlimmer als ne das wäre ja schlimmer als das gesamte Outlaw-Spiel ne schlimmer als der Spreewall-Song Spielen wir jetzt spielen wir jetzt auch gleich und ein bisschen nein ja das macht mich klar ich rufe eben eigentlich noch alle ich ruf sie was ich ruf diese Skype-Anrufe er ruft noch Skype jetzt an ich glaube Atta ist tot also Freunde atta ne er ist noch am Leben weißt du für solche Fälle aber ich sah alles mit der gut aus damit genau sowas nicht wie es ey da ist jemand tot ja Atta ist gestorben oh jetzt ist er tot ja ich war ja eben noch bei ihm also ich war es nicht ne Also, jetzt wissen wir's. Wenn ihr jemanden mit einem M4 seht, überprüft den mal schnell auf eine Silence M4. Ich hab hier gerade ein paar M4s rumrennen sehen. Bin mir aber da nicht safe. So eine Schrotze. Ich seh so viel, hier ist es so. Schlatter hat, Schlatter, machen Abgang. Hier ist eine M4. Waschatz, 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 Waschatz. Ich kann echt viele mit einer M4 rum, ey. Sag ich doch. M16. Safety Forged. Ich hab nur M16. Waschatz. Oh nein, ich komm hier nicht mehr raus, die Kiste blockt mich da hin. Okay, ich hab's geschafft. Aber, die böse, böse Kiste. Ja, gell. Böse, geh ich. Warum leuchten hier alle Schaltdinger von den Türen rot? Weil die gleich aufgehen und dich rausreißen und du bist tot. Ist das ernsthaft so? Ja. Wer ist das? Dann geh ich weg von dir. Sascha, nein, das ist nicht so. Aber ich glaube, ihr Traderfalle, die kann wirklich aktiv werden und zieht euch raus, wenn ich's richtig weiß. Dann geh ich lieber weg. Warst du denn Teddy? Ich hab euch beide nicht gesehen. Alter! Ja! Da hast jemand gestorben. Flatter. Flatter. Hat Fla geheißen. Gleich. Flatter! Ohne Fla, ich hab ihn. Okay. Du kannst mich schnell identifizieren. Ja, warte ich. Ja, das hat er ganz ehrlich. Ja, das hat er ganz ehrlich. Teddy kommt hier. Dann töte ich. Warte mal. Achso, ja. Leer ist dem noch Allare. Okay. Dann ist das okay. Warte mal. Huch, warte mal. Ist die gleiche Schmäh identifiziert? Ne, hier ist noch eine unidentifizierte gleiche Cindy. Teddy hängt bei mir hier rum. Ja, ich häng aufm Tisch. Toll. Geh weg. Ich mach nix. Ne, das sagen alle. Da steht jemand. Wer ist das? Ja, Teddy. Teddy, hau ab. Warum denn ich? Ich hab das Gefühl, Teddy ist Trader irgendwie. Stevie ist so. Ganz böse. Ah, das war schön. Schon lange? Ja, klar. Was? Irgendwas wird auf mich schießen. Ne, glaub ich. Ich war das gerade, Sascha. Ich hab mit meiner P90 auf dich geschossen. Weil die P90 hatte ich in diesem Spiel besser als im CSGO. Ey, Allarex, warum hast du dich da so in die Ecke gekämpft? Weil ich Angst vor euch hab. Ja, Vorsicht links. Let's scroll. Ja, jetzt hab's gar nicht Sinn. Jawohl, gute Arbeit. Mann, ey, ihr wart alle so scheiße beieinander, ey. Ihr seid doch nicht gelindert, ey. Das hab ich mir fast schon gedacht. Die Runde ist schon vorbei. Alter, der Scroll geht richtig ab bei den Punkten. Läuft bei dir. Ja, easy. Und dann nimmst du natürlich nicht auf. Ne, wir streamen es dafür, Leute. 2 Millionen Zuschauer gerade. Abonniert, Scroll. Abonniert. Ja, das war's. Von ordentliche Waffe. Nein, kann der M16. Ah, das war's. Endlich mal wieder Sniper, yes. Ah, das Sniper. Nein. Und Trader. Ja, genau. Alter. Alter, lass die Granaten nochmal sein. Ist das Vogue, Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Ey, sorry. Alter. Das war ich, ich war's. Oh, ich bin kein Traitor. Ich werde noch eine Disco rein. Ich bin kein Traitor. Sascha, du kannst dich doch hier. Joa, schön. Leute, Sascha blut hier alles voll, ey. Steine Tage, ich hab so ein bisschen Angst vor dem Weg. Ich weiß nicht warum. Ey, ja. Ich hab so ein bisschen Angst vor dem Weg. Die brauchen wir keine Angst haben. Ja, ganz arg. Ja, das hab ich nicht zielen. In der Tat. Nee, ich meine... Ich wurde gerade durch Granaten. Ich kann ihn immer noch, äh, unterschießen. So ein Traitor. Wow! Nein! Ich glaube, Arthur hat grad die Tür aktiviert. Nein! Ich glaube, Arthur hat grad die Tür aktiviert. Nein, ich hab mich selber fast rausgezogen. Hallo? Ich hab mich selber fast rausgezogen. Wir machen lassen. Alter. Du hast recht. 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 Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Geh durch. Geh durch. So was von auf Teddy, das gefällt mir nicht. Nein! 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 Sorry. Irax ist es. Irax ist es. Ja, ohne Grund aber auch nicht geballert. Ich bin ein Bro, okay. Kannst du unsere Liebe nicht durch DDT vergehen lassen? Hat mich auf 22 runtergeschossen. Hast du ihn getötet? Nee, er ist weggelaufen. Ich hab ihn nicht gesehen. Warte. Warte. Achso, Atta. Das ist Irax, ne? Ja, ja. Jetzt warte mal. Darf ich noch was schrocken? Ja, ja. Ich muss mich retten. Ich will nicht raus. Warte, ich schieß dich ab, ich schwör's dir. Warte, Atta, dann komm ich zurück. Ich hab's gesagt. Ich hab's vorher angekündigt. Flatter ist Trader. Ja, ja, war Trader. Flatter, du stehst die ganze Zeit vor mir mit einer Waffe und der DT steht hinter mir. Das ist ein bisschen auffällig. Ja. Ich hab mehr was angekündigt. Dann für mich, Stevie, warum müssen wir das? Oh, 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 oh. Er hat durch eine Insel. Am Anfang noch. Schau mal hier hinten rum, ob hier irgendwo eine Leiche liegt, ne Stevie? Oh, was du nicht lassen kannst. Weiß mal. Und Irex hat sich seitdem nämlich auch verpieselt. Das ist kein Bezeichnis, Atta, hier. Na, Atta, nochmal. Saschan, kannst du heilen? Äh, achso, stimmt. Du kannst mich gerne umbringen. Ich bin... Ich bin... Der ist hinter mir. Da, wo die Treppen sind. Da, wo die Treppen sind. Ich kann doch alles droppen hier und so. Der könnte laufen mehr. Oh, hier. Hier, komm. Alter, ich wollte es nur erstrocknen. Ja, die Tür ist offen. Da. Also Irex jetzt, ja oder nein? Ja, ja, das ist jetzt die Frage. Das macht das, Bro. Ja, ich will ihr ab... Oh, guck mal, da liegt eine Schrotfette. Warte mal, jetzt. Oh, ich würde es so gern jetzt. Danke schön. Jetzt ist nichts davon ab, ne? Huch. Da liegt ein Toter. So, lass uns mal hier. Alter. Echt, Alex, das hört sich früh auf, dass da jemand... Nehmt ab und macht keinen Platz hier. Ach so. Ach so. Du bist ja so fett bin. Du warst im Einkaufs... Im Shop, ne? Und hast gar nicht gemerkt, dass ich auf dich zugelob... Weil du hier schon da bist. Boah, was willst du denn die ganze Zeit von mir machen? Ich kann ja nicht in den Shop leider. Ich kann ja nicht in den Shop leider. Ich kann ja nicht in den Shop leider. Alter. Klar. Sag mal! Geht doch mal an. Sag mal! Oh, fuck dich. Ihr wollt mich verarschen, ne? Na, Büsche vielleicht. Ich will mal bei Teddy echt nicht sehen. Teddy. Jep. Was? Du machst mich auch jedes Mal mit der Kirre, wenn du direkt im Damage stehst. Ach so, wenn ich eins kann, dann ist es Sascha Kirre machen. Äh... Leute? Ja? Ja. Hatte Alex nicht schon Damage gekriegt? Nein. Weiß er nicht. Nee! Hatte ich nicht. Hast du nicht gesagt, dass du durch ein Stück Granate gelaufen bist oder so? Nein. Ich bin fett! Lass mich in Ruhe! Hab ich nicht. Das könnte gut sein, oder? Ja, irgendwie hat er mir was gesagt. Hä? Irgendwo kam... Wow! Bisco! Dingelingelingeling! Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf ihn schießen soll oder was du lassest? Weiß er einfach nicht. Er hat mich geschossen. Schieß einfach, schieß einfach, schieß einfach. Ich bin in Ruhe, wie gesagt. Das ist schon... Ich truste dem wirklich nicht. Ich trau gar keinem von euch. Ich auch nicht. Den einigen, den ich truste, ist Sascha. Ich trau nicht mal dem Dave zu. Nicht mal ihm vertraue ich. Ich hab den Skin geklaut. Ich glaube, Kasum ist tot. Stimmt, könnte gut sein. Wow! Ich hab grad ne Melling gehört. Nur noch 43. Okay, wer ist der Trader? Oh, dann bei euch oben oder was? Ja, toll. Oh, lol! Also, ich sag schon, du musst es selber klären. Ich komm hier irgendwie nicht mehr raus. Soll Alphax fahren? Also die... Hey! Fuck ist ein Kappel bei euch, ey! Ey, Teddy, ballert einfach auf mich. Jetzt bin ich wieder auf 18. Dete? Jaaa... Ich hab mich da auch schon erschossen. Bitte mal zu mir kommen. Jetzt kommen die sicken Beagle-Klicks. Ah, okay, wer war jetzt? Hä? Wer war jetzt Traitor? Ich. Aber ihr steht einfach viel zu dicht beieinander. Ihr müsst euch mal wirklich voneinander trennen. Alter, diese Melanie. Ich dachte, Irik wäre jetzt gewesen. Danke, dass du's mal sagst. Ich hab die ganze Zeit gesagt, dass ich inno bin. Und sonst hätte ich aber nicht meine Waffe. Ja, ey. Das würde ich auch sagen, wenn ich Traitor bin. Weil... Alter! Ja? Gibt's auch nichts, aber keine Nachspielzeit mehr? Doch, klar. Aber wenn man keine Chance hat, jemanden zu killen, weil immer vier Leute aufeinander hocken, ähm, ist das schwer für einen Traitor. Ja, Alter, einfach Melon rein und los. Er muss der Traitor halt mal ein bisschen überlegen. Das ist halt so. Die stand da nur, weil ich eben die ganze Zeit aufgeheilt werden wollte. Alter wird natürlich... Nein, man kann jetzt nicht einfach den Innos sagen, bewegt euch mal besser. Das tut mir leid, dass ich dich so wegehauen hab. Ja, Leute, hier. Flattern hier. Jetzt bleibt doch nicht stehen hier. Mann, es blockt doch hier nicht alle. Ja, Stevie ist hier stehen geblieben. Ja, cut. Du bist aber auch ein bisschen leise, Flattern. Du musst ein bisschen schreien. Ey, ja, die hat die Tür aufgeregelt. Aufgeregelt. Und ja, ich war so jetzt gewesen, der die Tür benutzt hat. Um sich rauszuziehen. In der letzten Runde. Geht das überhaupt? Ich hab mir da die in den Eimer geschossen, Leute. Schiff, ich trau mir gar keinem mehr. Ehrlich nicht. Eurex, der Popo. Ich bin eine ordentliche Waffe. Na, wo bist du? Hinter dir. Was? Komm, schieß mich ab. Warum sollt' ich? So wie eben. Dann zerlegt es die Tasten aus. Du bist doch ET. Was soll denn das? Was bringt mir denn das? Dann wäre ich wieder umgebracht. Ne, wieso? So, guck einfach nach und versuch dann halt. Oder? Ich schweige mal ne Waffe da weg. Weißt du was, Alex? Ich hab was für dich. Damit dir nichts mehr passieren kann. Alex, hier ist der Koffer. Flüchte, geh auf die Flucht. Was? Ich bin kaputt bei euch hier. So, als erstes. Waaaaaah. Hä? Tschüss. War schön mit euch. Ich auch. Bist du rollst? Er hat ja mal die Tür aufgemacht. Alter. Ernst? Scheiße. Ist echt rausgeflogen durch die Tür. Teddy lacht sich doch über sehr kaputt. Das ist Mist. Teddy steht bei mir hier oben. Ich hab das auch gesehen, man. Da darf ich doch noch lachen. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Scheiße, ich komme hier nicht weg. Geht jetzt hier gar kein Lerner. Nein, 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 nein. Ich glaube, ihr seid da erstmal fest. Oh, Alter. Ey, Teddy. Teddy, wir müssen jetzt hier das Trust Spiel spielen. Wie kommt man denn jetzt hier hoch? Teddy, bist du Trader? Ich nein, aber, Alter, hör auf auf mich zu schießen. Bist du Trader? Nein. Sag mir die Wahrheit, sonst schieße ich dich ab. Nein. Also, ja, also, ich sag dir die Wahrheit. Sag dir. Hier kommt ja nicht mehr raus, okay? Ja doch, wir haben ja hier einen Fahrt. Ey, man kann da durchschießen. Hör auf. Da kann man nicht durchschießen. Hallo. Hallo. Nein, der kann man nicht durchschießen. Ne, ne. Echt nicht. Wo? Kannst du nicht durchschießen, dann kannst du machen, was du willst. Das geht nicht. Schreibst du, wenn du da drin stehst? WTF, woran werde ich hier angesogen? Die Tür ist doch auf. Warum fliegt Scroll dann auch raus? Welche Tür ist offen? Der fliegt ja echt nicht raus. Nein, die Tür ist offen. Ja, warum? Oh mein Gott, das hat mich gerade eben erst geklappt. Ich werde hier nämlich hart angesogen. Wieso kommen wir hier nicht mehr? Alter, der Fahrstuhl ist irgendwie. Oh, fuck. Ey, es gibt doch... Ah, der Fahrstuhl ist da. Der Fahrstuhl ist da. Wer ist da? DT, Stevie, du rettest uns. Teddy. Ivi, das ist keine gute Idee, dass du da hingehst. Teddy bei mir, wenn ich tot bin, dann ist es Teddy. Die haben mir doch gleich ernsthaft den Aufzug geklaut. Was? Die Frage ist jetzt nicht hierzu. Äh, hin. Ja, keine Ahnung, ich steige einfach raus. Hauptsache wir sind da weg. Wir müssen jetzt die ganze Zeit den Aufzug oben halten, dass das Ding nicht hier runter hochkommt wieder. Dass die, die nicht hochkommt. Wie kommen wir hier jetzt weg? Das ist das Problem. Wir kommen jetzt... Irgendwann bezieht sich irgendwelche... Wir kommen jetzt... Äh, da backt... Hast du das gesehen? Wenn wir hier... Das ist hier unter uns. Äh? Wo? Die ist hier gerade so am rumbacken gewesen. Find ich das? Das heißt, der hat das Tor da aufgemacht. Ne. So, Kina, es kommt mal da oben. Da gibt's ein Boom-Headshot. Boom-Headshot? Äh, lol. Ist es auf. Ist es offen? Das ist ein Traitor-Ding, gell? Ja. Äh? Teddy, Teddy ist es... Ja, ich konnte nichts machen, ey. Scheiße. Mann. So, liebe Leute. Das war eine weitere Folge. Trouble Terrorist Town im Airbus. Der Mindjack musste da weg. Deswegen mach ich jetzt mal die Abmoderation. Wenn ihr mehr sehen wollt, ähm... Ja, dann geht einfach mal in die Videobeschreibung. Und dort findet ihr Links zu den anderen Kanälen. Lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Vergesst nicht. Auf jeden Fall. Das ist ein Insider. Scrolls zu abonnieren. Und natürlich auch die anderen. Und ansonsten wünschen wir euch dann einen wunderprächtigen Tag. Haut rein. Sorry, Alter. 71 Punkte, whoop.